Um 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 Hi Ich möchte dir von einem Gespräch erzählen. In der Erinnerung scheint es mir fragmentartig. Wie ein Traum. Aber ich bin mir sicher, ich war wach. Du hattest Angst eingesperrt zu werden. Du hast nach einer Lösung verlangt. Nun erlebst du so eine Art Test. Sagen wir eine Simulation deines eingesperrt sein. Im perfekten Gefängnis. Ich war nicht alleine. Da waren andere. Dafür, dass du dich befreien kannst, musst du erstmal erkennen, dass du dich eingesperrt hast. in der In der In der In der